Also, seid ihr bereit? Fertig ist meine Zeichnung. Ich wünsche mir eine Torte. Aber natürlich doch, Kind. Ich bin schon dabei. Ach, diese Amateure. Man muss in aller Ruhe kochen, um sicher zu gehen, dass man alles richtig macht. Meine Kuchen sind schon fertig. Ich muss sie nur mit meiner leckeren Sahne überdecken. Rot, gelb, grün. Blau. Meine Torte ist schon fast fertig. Jetzt muss ich nur noch ein Herz ausschneiden. Wunderschön. Jetzt brauche ich eine schöne Marzipanschicht. Und jetzt werde ich dieses Herz noch mit bunten Sirup verzieren. Oh ja, diese Torte wird richtig, richtig bunt und appetitlich. Ich glaube, ich bin so gut wie fertig. Ich habe meine Torte auch schon fast fertig. Ich habe sie aus Schokolade gemacht. Ich werde sie nicht mit Beeren dekorieren. Das ist doch viel zu banal. Ich brauche etwas Originelles. Wie wäre es denn mit Nutella und M&M's? Sophie mag alles, was schokoladig ist. Nutella ist schon drauf. Jetzt kippe ich noch ein paar M&M's drüber. Fertig. Also, meine Torte ist auch fast fertig. Wo ist die ganze Nutella hin? Wer hat die ganze Nutella benutzt? Und das war mein letztes M&M's Bonbon? Und ich habe es aufgegessen. Mensch, voll blöd. Okay, wenn die Oma mir meine Schokolade gestohlen hat, dann nehme ich ihre Beeren. Gib mir meine Himbeeren. Wie auch immer. Wo sind wir noch mal stehen geblieben? Ah ja. Ich lege die Himbeeren in meinen Mixer, gebe ein bisschen Milch hinzu und jetzt alles schön zusammen mixen. Oh ja. Was für eine schöne Himbeerglasur. Die gieße ich jetzt durch einen Trichter in meinen Luftballon. Den lege ich in meine Torte und schließe alles mit ein bisschen Sahne ab. Das wird voll die schöne Überraschung. Jetzt noch umdrehen. So ist gut. Und obendrauf gieße ich noch ein bisschen Hubba-Buba-Gelee. Mh, sieht schön aus. Streusel dürfen nicht fehlen. Und wir sind fertig. Wow, ich kann es kaum erwarten, all das zu probieren. Eure Torten sehen so schön aus. Hm, ich nehme mir zuerst mal die grüne Torte. Erst mal ein Stück abschneiden. Wow, was für schöne Farben. Oh, schmeckt einfach perfekt. Und jetzt schneide ich mir ein Stück von diesem Schokoherz ab. Ich kann meinen Augen nicht glauben. Schokolade von innen und von außen. Perfekt schmeckt das. Und jetzt noch die letzte Torte. Wow, was sind das denn für Ringe? Ich werde es dir gleich erklären. Wenn du die 100 Punkte schaffst, bekommst du einen rosa Bären. Oh, das ist ja toll. Ich werde direkt ins Schwarze treffen. Oh, wow. Ist das Himbeerglasur? Wie toll. Wow. Wow, das schmeckt unglaublich lecker. Gut gemacht, Sophie. Hier hast du deinen Teddybären. Wow, der ist ja richtig schön weich. Danke, Schwesterherz. Miley gewinnt. Was? Ja, der Sieg ist mein. Oh, ich bin so hungrig. Ich wünsche mir ein Spiegelei. Könnt ihr das machen? Aber natürlich doch, Schatz. Womit soll ich anfangen? Hm, ich mache ein klassisches Spiegelei. Dafür schlage ich das Ei auf und lege noch ein bisschen Speck dazu. Mit ein bisschen Käse mache ich eine kleine Katze. Das hast du gut gemacht, Miley. Also mein Spiegelei wird natürlich besser. Meine Eier sind schon gekocht. Jetzt muss ich sie vorsichtig schälen. Wunderbar. Jetzt schneide ich meine Eier in zwei Hälften. Auf die eine Hälfte kommt ein bisschen Creme. Die habe ich aus Eigelb gemacht. Da kommen jetzt noch ein paar Details hinzu. Und fertig sind meine klitzekleinen Küken. Schaut euch das an. Oh, wie süß ist das denn? Ähm, tut mir leid. Also, es geht weiter. Also, ich nehme zuerst das ganze Eigelb raus. Und das gekochte Eiweiß lege ich in gefärbtes Wasser, um es einzufärben. Das gekochte Eigelb muss mit einer Gabel zu einem Brei zerdrückt werden. Oh, ja. Die Füllung wird schön bunt. Und jetzt kommt die Füllung jeweils wieder zurück ins Eiweiß. Ihr müsst zugeben, das sieht genial aus, oder? Da kommt noch ein bisschen Grünzeug drauf. Und wir sind fertig. Ganz schön originell, Chefkoch. Sophie, guten Appetit. Wow, das sieht ja cool aus. Äh, alles außer dem hier. Okay, probieren wir mal. Ich schneide mir mal ein Stück ab. Riecht ganz okay. Mh, und schmeckt nicht schlecht. Aber irgendwie ganz okay, normal. Wow, sind das bunte Eier? So was habe ich noch nie probiert. Schmeckt lecker. Oh, was für süße Küken. Oh, das ist ja niedlich. Gleich werde ich dich probieren. Oh, wie lecker. So appetitlich. Glitzekleine, süße, leckere Küken. Nom, nom, nom. Oh, Enkelkipf, das ist doch so wurschtbar. Ich kriege gar nicht genug davon. Sophie, nein, sei doch nicht so grausam. Das schmeckt einfach mega lecker. Ich will mehr davon. Sie hat sich alle aufgegessen. Das war super. Oma, du hast gewonnen. Was ist denn los, Leute? Ich dachte, ihr würdet euch freuen. In dieser Runde wünsche ich mir Popcorn. Alles klar. Zuerst müssen wir Maiskörner in die Popcornmaschine geben. So viel sollte gemüten. Jetzt lege ich da noch ein paar Skittels dazu. Und zu guter Letzt schalten wir die Maschine ein und warten auf das Ergebnis. Oh ja, es funktioniert. Grünes Popcorn? Das sind ja nur Lebensmittelfarben. Moment. Ich mache mir buntes Popcorn, aber aus natürlichen Farbstoffen. Dafür lege ich ein bisschen Brokkoli in meinen Mixer und püriere ihn. Fertig. Jetzt lege ich meine Maiskörner in eine Pfanne. Gippe mein Brokkoli-Püree hinzu. Schließe den Deckel und warte auf das Ergebnis. Ähm, Oma, das hättest du nicht machen sollen. Ich mache für Sophie die besten kleinen Popcorn-Spieße aller Zeiten. Oh ja, klar wird sie sich freuen. Ähm, also ein Brokkoli-Strauß, Brokkoli-Popcorn, das ist so viel zu kompliziert. Wieso ist mein Popcorn noch nicht fertig? Ah, alles klar. Ich glaube, ich muss die Temperatur ein bisschen erhöhen. So ist gut. Oh nein. Äh, ich glaube, ich habe es übertrieben. Oh Mann, jetzt habe ich eine Menge verbranntes Popcorn. Das dauert viel zu lange. Jetzt gib mir mein Popcorn. Na endlich. Ich beginne. Äh, ist dieses Popcorn verbrannt? Nee, das will ich gar nicht erst probieren. Ich will ihn noch nicht einmal anfassen. Weg damit. Super. Na dann. Grünes Popcorn. Sieht ganz schön interessant aus. Probieren wir mal. Wie ekelhaft ist das denn? Nimm das sofort weg. Oh wow. Das ist ja ein Popcorn-Strauß. Riecht nach Skittles. Ich will sofort was probieren. Wow, das ist genau das, was ich wollte. Chef-Koch, Typ ist der Beste. Yeah, ich habe gewonnen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folge uns am Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi tschüss. Bye-alles。 Tschüssi tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020